Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ja, Jurassic World Ich habe ein bisschen offline gespielt und ich muss ehrlich sagen Ich hatte keinen Bock diesen Kampf Kampf mit 40 vor den Augen zu machen, weil Das war viel zu entschränkt 4, 5 Mal habe ich verloren Also ich wollte es auch noch offline machen Aber das wäre eine zu große Fail-Folge Ja, was soll ich noch sagen Mir fehlt nur ein einziger Editator, dann haben wir die Plutator, die Mischung Ich habe Megaloren freigeschaltet und Ja, Kappschufe Ost-Aftikasaurus Die schlüpfen alle Finanzen in der nächsten Folge Ja, ich habe einen zweiten 40er Ami-Yango gemacht Dann habe ich den Tirano, dann habe ich den Tirano Dann habe ich den Tirano, dann habe ich den Tirano Wenn ich die anderen, der andere, die Tato ausgemütete, dann brauche ich nur noch einen, dann könnte ich ihn auch 40 machen Ja, ich habe es ja gar nichts gemacht, oder? Ich gucke nicht auf die Luft, oder? Ich kann mich gerne an nicht mehr drin nehmen Ach ja, doch genau genau, ich habe bei den Dinos verkauft aber die drei vierte der 1 2 3 ja es ist schon ja ok wir haben immer noch die Aufgabe habe jetzt die 15 zu 40 wir haben erst 14 ja wenn wir dann den hier auf 40 Jahren die Mischung machen so machen wir erst mal einen Live Arena Kampf wir nehmen wir da am besten ja ich hab privat in den Kommentaren bekommen welchen Team ich nehmen soll ich kann die Kommentare durchgecheckt, die privaten auch ja mal in den Kommentaren, welche da? ob die privaten? ja, da kommen schon einige ja, darunter soll ich nicht aber so soll ich nehmen vielleicht weiß es noch nicht, aber ich hab derzeit schon ein 20er dann soll ich den wo ist der Monjango nehmen direkt danach soll ich mein Zehner Tier ja, ich weiß nicht, weil da sind zwei Fleischwässer, aber machen wir mal nach seinem Wunsch was wünschen, wenig, keine Ahnung vor mir mal machen ja, postantisch als Team ein, zwei, vier, vier, vielleicht besser 5 ein großer Vorteil der Anweser ja dafür haben sie sich nicht lieben ein die die Meinungen da jetzt sind wir weg Der Schiff ist. War ja auch so klar. Das war immer kleiner Tacho-Suchus. Der Vorteil ist jetzt. Er hat ja alles verschwindet. Deswegen hat er keinen Bock, keine, nix. Den haben wir. Wetter. Woher hat er die ganzen Küzi daher? Ja, der ist immer weg. Jetzt nur noch der Gigantosaurus. Ja, den Gigantosaurus müssen die auch irgendwie auf dieses Altar haben. Jetzt sind da Tirano, Aurus. Weg. Ja, Tirano, machen kalt. Aber das ist immer weg. Damit kam es alles gehören. Die gewonnen wird zu wollen. Ja, das ist immer weg. Dammit kam es schon. Die gewonnen wird zu wollen. Die gewonnen wird zu wollen. ich lasse mich aber nicht gern ja und der zweite team war ja den tierans aus 30 haben wir zurzeit nicht freischaltet also wenn wir anstatt den tieran und ob ich die Spiegel lieber ja ich hab mich allerdings zugeschickt bekommen ja dann nehmen wir bereits der der mit diesem Team geschickt hat ich kann ihn leider nicht nehmen diesen Team das kann ich meinen Schieber ich hab kein Tier im Haus 6 1 ja zwei aber der 30er schickt nicht freundlich zählen habe ich auch gerade benutzt weil der und ich hab mich abber hier geht es okay now hochdobel Ja, komm, mach! Manchmal hat sich das, wenn die Leute nicht angreifen. Weil dann nimmt man sich... Oh, scheiße, was hat der jetzt bloß genommen, nicht alles? Sieht ihr, das meine ich! Da habe ich alle Attacken um uns gespürt. Okay, jetzt wird's knapp. Ja, komm, aber jetzt wird's mit zwei Schlägen. Drei? Äh, drei. Meine Schuld! Das ist jetzt ein Fleischfässer. So mit Fleischfässer ist schwierig. Ja, da, den Diputato, den werden wir auch heute haben. Hoffentlich mal. Denklich. Los. Zwei Raretten. Ja, hier ist alles abgeblockt. Äh, gedrückt jetzt, natürlich. Ja, der Diputato sieht schon geil aus, das muss ich zugeben. Das war ein Fehler, hat alles auf die Pfeife gesetzt. Oh, doch nicht. Oder? Ja, wir kriegen die locker. Die zwei Takten. Oder? Ja. Danke. So langsam war ich am überlegen. Ja, ich sitze gerade in meinem Zimmer und das Fenster ist getroffen. Ich weiß nicht, wieso ich den Fitzer geöffnet habe. Egal. Äh. 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 Ja, mein Hund, äh. wird hier in sich glatt kaputt. Ja. Ja. Okay. Ja, mein Hund tut mir jetzt irgendwie leid, weil ich weiß nicht was er will und er rollt. äh. Ich bin zurück. Ich hab mich kurz um meinen Hund gekümmert. Ich gucke gerade, wenn wir nicht brauchen, wenn ich trotzdem verkaufen könnte, ohne dass die Aufgabe schief geht. Und mein Hund ist wieder am heulen. Hund leicht gemacht Teil 2. Ah ja, ich hab meinen nächsten I-Tator gekauft. Das heißt, wir werden einen 40er-I-Tator haben. Der ist besser für uns, für mich, keine Ahnung. Äh. Ja. Damit endet diese Folge und bis zum nächsten Mal. Musik